ARD Text im Auftrag von Funk Du Scheiße Oh, ich werde sterben Damn Egal, ich hab's überlebt Wie hat er mich nicht? Genau meine Frage Boah, dieses Scope, so nervig ey Das ist übelst viel verdeckt, wenn du rein aimst mit der Würfe Aua, einer ist in der Field Gun da oben Ja Ob ich da meine Limpel hochwerfen kann Hopp Okay, nein, so komm ich nicht Jetzt viel zu gut im No-Scope noch mit dem Ding Mit Waffen Klaas im G15 schon mal gespielt Nach dem Feld Achso Haben sie runter genommen Hm? Ja, das ist halt ein bisschen komisch, weiß nicht Wie viele Leute kommen da? Ja, ja Was für Ranges, mach die Mars Automatik bitte noch einen 3-Hit einfach Ziemlich gut eigentlich Ziemlich gut eigentlich, macht ja 40 damage im No-Kampf Mehr hätte Schaden als eine Medic Gun, annehm ich ganz Die hat einfach 4 zu viele Schüsse im Magazin Weiß nicht, die sollte irgendwie nicht mehr als 5, oder sagen wir 6 haben Wenn es so viel damage gibt Wie hat sie denn? 11 Oh Ja Verstehe Wir verstehen uns Versuchen wir rechts, oder? Naja Ach man Das Instant Gas Wow, Shotgun 10 von 10 Das Gas Ich geh immer noch hier Okay, ist gar nicht so schlecht die Loose Gun Das verstehe ich, Basti Nahkampf vielleicht nicht so über Range Ziemlich gut Ja, also Wenn es so Mid-Range ist, dann kann ich einfach Dauerfeuer Rape Ja, mach ich grad Und EP Oh, neul, ja Der macht einfach Dauerfeuer Gas, ey, überall liegt Gas 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 Sweeper Oh, Sweeper Es geht ab Keine Ahnung, ey, was zur Hölle geht ab, ja Ja Was Enema ist Haben sie eigentlich schon irgendwas gesagt zum Überarbeiten von den Waffen, die released werden? Nö Nö Balanced Super Balanced Super Balanced Ähm, Hellriegel zum Beispiel Ja Super Balanced Achso, ich hab gedacht, du meinst die Waffen aus der letzten DLC, die sie geedit haben Nein, nein, die wohl gerade im CTA sind Ach, Balanced Weiß nicht, die Huhe find ich jetzt nicht so schlimm Weiß halt Die Huhe Hast du die normale schon mal gespielt? Nein, ich weiß, dass sie total genau ist Aber ich spiel dir keine Ja, aber die ist noch genauer So krank Woll mal rechts, äh links lang Ja, ja Hab schon 24 Kills in 5 Minuten Auch gut Fuck, das muss ein Grafik-Bug gerade sein, oder? Ja, siehst stark trippy aus Perfekt für dich Mass Effect-Dromeda Weihmörser But why? Why not Oh, hinter uns Hä, teammate holt dich Naja, der wird mich insta-vider-racken Ja, hat mich fast insta-vider-racken Ja, hat mich fast insta-vider-racken Ich hab doch auch gesehen Fuck Hat low AP Wow, diese Scheiße Oh mein Gott Ah, die Prototypen-Youtube ist auch wieder drauf Wer? Man trifft schon ziemlich viele Leute wieder Wo? Gehen wir zurück oder gehen wir weiter? Ja, schon Wir haben eh... Das ergibt überhaupt keinen Sinn Ich war grad bei der falschen Richtung Wer ist drauf? Prototypen? Wie Prototypen? Sonst was? Bin ich gesehen Ganz gut Fühlenweise auch fortwo, aber ganz gut gespielt 3 RKD oder so Und na, wie fühlt man sich so am anderen Ende des 2-Bahn-MGs zu sein? Gut, vor allem wenn die Waffe ohne 2-Bahn-MG schon total genau ist Oh lol, da ist... Hier sind die Leute What? What? Hä? Was wir im CS-Bahn haben wir glaube ich damage bekommen Na der ist hier unter der Brücke, müsste da eigentlich... Na ist egal Na das hätte ich nicht sagen sollen Im 2-2-2 rackt er mich jetzt nicht gleich von hinten Fuck Natürlich... Woah, hat nicht mal gereicht um mich zu töten Nice Fuck Aber... Woah, wie lebe ich noch? Das ist der Flammenwerfer Wo? Vor mir Auf B Hinten Richtung... unserem Sporn Hallo G Was? Achso... War ein Leiche Nö... Der hat noch geliebt da oben Echt? Ja... Achso... Bis ich ihn getötet hab Ich bin gerade schon tot Zu... Nein... Haha ich kann nicht breachen mein Freund Shotgun... okay Der hat gerade im Incent alle Schuss von seiner 12G geschossen Ich hasse es Ah... Passt Frei ich mich Ja, bin schon klar Aber... Aber... Es sind noch mehrere Leute... Noch einer Nun... Achso.. Vielleicht ist das... Okay, das war... Aber... Das war... Das ist Emil für dich! Emil! Emil! Das war! Emil, komm nach dir! Ich hatte jeden Verwalt! Pergegolos Wir sind ein Objective Anckel Ich kann dich weg, Junge! Pass auf die Objektion! Na die 50 kannst du auf die Easy schaffen. Ja... Wollen wir rechts lang gehen, Friedrich? Ja. Okay. Medic. Fuck. Hinter uns. Lelele. Kommt jetzt. Wo? Oben, oben links. Das ist ja ungefähr. Wo? Kommt ne Shotgun. Was ist denn so? Das ist so friendly. Immer noch oben bei der. Wo bin ich? Wo, wie ist der gestorben? Ich bin zu einem umgefallenen Baum. Nate werfen. Ambo legen. Der. Sein Ernst. Geht an 2MG? Warte mal! Fuck. Bittig komisch grad. Zwei Leute da. Wenn's mal nur zwei wären. Mal nachladen. Irgendwo. Ah, der wurde gehört schon. Was war das denn jetzt hier grade einfach nur? Rape. Könnte man meinen. Oh. Pfff. Damn. Damn. Müsse. Müsse. Auch nicht, dass man da holt kann. Oben links. Nur noch. Ne. Ribeirol. 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 Ich bin blind. Oh ja, da. Na Shotgun und da hinten ist noch die Ribeirol. Oh mein Gott ey. Hat grad ein bisschen was. Äh. Fühlt sich ein bisschen an wie Doom oder so. Wo du einfach so Welle um Welle Gegner bekommst. Boah spielt sich voll angenehm grad. Die Runde. Ich weiß nicht. Die Gegner sind scheiße. Ja Mann. Ich hab seit längeren Zeit mal wieder über 20 FD. Mann. Und dann hinter mir eine Herr Rege. Oder vor mir. Keine Ahnung was es ist für eine Richtung. Der? Ja. Und links war da irgendwo einer glaube. Mit einer. Ja Jolo der ist. Müsste schon weiter sein. Ja der ist hier unten schon. Hinter uns jetzt. Nein. Nein. Ich hätte so viele Leute holen können. Wollte in den Bunker rein. Boah Frederik. Dann so viele Leute. Ich weiß. Ich. Weiß gar nicht wo ich hier gerade hingehen soll. Irgendwie. Alles Kacke. Irgendwie bis zum Bunker kommen. Und dann rein. Und dann einfach auf. Die Flagge drauf schießen. WTF? WTF? Nur diese MGs. Die mit dem ersten Schuss den Header geben. Und dann keine Kugel mehr treffen. Beste Leute. Oh shit ich hab keine ammo mehr. Ich hab. Ja ich bin nützlich. Oh lol. Na komm peak halt hier hoch. Typ ist so dumm hier hoch zu peaken. We have taken objective guns. Cancel attack objective. Nein. Ahane Bar Storm. Nein. Fuck. Was mach ich? Hört sich nicht gesund an. Auf nach C. Gerade. C gegen den Zug. E. Gibt nichts einfacheres. Mann. Das ist Counter-MG. Der hat durch ein anderes MG zwei Beinen. Der hat durch ein anderes MG zwei Beinen. Oh shit. Das war ein bisschen zu YOLO. Bisschen zu. Unfall. Unfall. Noch leb ich. Nein. Nein. Der Revival war zu greedy. Das war zu greedy. Ich zu greedy. Oh ja ich spring hier rum. Komm erst mal ein Hit. Von dem Sniper. Haha. Einen Kill brauch ich noch. Nein. Nein. Ha. Get out by Pottets. What's by Pottets? Absolut kein Fick der Typ. Batsch. Natürlich Batsch. In. diab��ge. Batsch. Nein. 口. Die. 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 und zurück nein Hinten Aus dem Spawn rennt er jetzt links hoch Sonst werden wir einmal ermodigen? Two of a stone Wenn du einen Impact hast Habe ich noch Oh Gegnerische What? Da Ne oder? Okay Ach das ist der Zug sogar hier vor mir Schade hätten wir sogar die Impact drauf werfen können Boah ist lags richtig hart Falsch hat dann Unter der Rote Noch in einem G The fuck Kommt der Leer Ja Bonjour Ach komm, jetzt kommt mir nicht vorbei im Zug. Wie die Leute mal fragen ob man cheatet, weil ich es ihnen auch hundertprozentig sagen würde, wenn ich anhab. Ja, kannst ja reinschreiben, heißt, I cheat very much. Ich bin aber nicht russisch. Nein, 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 nein. Passt. Ich kauf mir auch für 10 Kills. Ja. Für manche Leute, vor allem die mit 5 Kills pro Spiel, ja. Ach komm schon. 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 Fack, das war jetzt ein paar zu viel da unten bei mir. Oh Gott, ich kann ja alle her. Du bist jetzt fällig, oder? Ich bin schon halb da. Oh, toll! Nein! Nein! So knapp! War ein bisschen zu dolo. Ah, zu Yolo geht nicht. Ja, wir haben zu viel abgefärbt auf Yolo, das geht gar nicht. Schon. Na, ich muss halt so sehr auf Yolo gehen für euch, um euch zu wissen. Sonst kriegt man euch nicht, wo ihr immer so sterbt. Ja, 76,5 mit Yolo, dann geht schon mal kurz. Ich glaube, es klappt nicht. Dann gehen wir mal kurz. Dann gehen wir mal kurz. Vielen Dank.